Was macht ihr jetzt? Only Smith. Kuscheln. Ah, ich hab wohl noch vergessen, die Schrottse mitzunehmen. Das hat sich gerade irgendwie angehört und schon, wenn da im Unterton so zwischen den Zeilen noch und Haaren, Schwänzen und Nippeln. Oh Gott. Scheiße. Wesentlich älter wie du. Tja. Oh Gott, du bist ein Schatz. Dankeschön. Nee, ich bin alt. Alt ist für mich kein Begriff. Eine Frau. Frag mal nicht nach ihrem Namen. Du, ich hab da keine Probleme mit. Ich bin 33, verdammt, Ricky. Hast du da einen Lauf drin? Das ist doch kein Alter. Wieso? Nee, das ist das beste Alter, ne? Oh, ja. Wer bist du? Wer bist du? Ich hab dich. Ich war die ganze Zeit drauf, dass er hochkommt, ne? Alter, Brody, du leckst gerade wie ein Stück Scheiße. Weißt du das? Wen muss ich denn eigentlich killen? Ricky und... Weil du gerade nicht mehr gesprungen bist. Hallo? Ey. Ja, nee, du bist gerade nicht mehr hergesprungen. Was machst du da? Guck mal, wegen dir werden wir gekillt. Nein, nur du. Du Arsch. Okay, doch, wir beide. Hallo? Läufst du mal nicht an mir vorbei? Von wegen, alle machen da Snipp und so am Arsch. Ja. Ja, boah, eigentlich. Läufst du. Habe ich das echt zweimal Team-Bash hingelegt? Ja, klar, weil du dann siehst du nicht Snippst. Ja. Was ist ein Snipp? Snipp? Oh, ja, ist ja gut. Ich wechsle ja gleich. Was heißt das? Du nimmst ne Sniper und... Was ist ne Sniper? Ja, was ist ne Sniper? Abschütze. Och, Brody, ich hab gerade so schön angepeilt. Ich snippe mit der MP5, okay? Geh mir aus dem Weg! Was wolltest du denn? Danke. Asi, wir senden mal wieder eins unserer Kinder zur Kinderarbeit. So, Riccardo, mach deinen Job. Mach die Mama stolz. Du bist so bescheuert, ey. Äh, man hat mir schon öfter gesagt, wie einander watscht. Kommt das Ding her. Ey, dich hab ich gesehen. Was machst du da? Boah, fick dich doch, Ricci, ohne Scheiß. Mir sagt, wenn ihr mich umlegt, wechselt sich die Waffe. Ja, aber wir haben doch alle Sniper, außer... Ja, ich kann ja jetzt schlecht wechseln, ohne zu sterben. Ja, das stimmt, oder Dings. Na, komm her, ich töte dich. Und freiwillig lasse ich mir nicht inlegen. Ja, kein Problem. Ich habe nur einen Pulli, Scheiß. Das ist an der der Pulli. Juhu. Oh! Was? Hab ich dich jetzt wieder auf den Lied gebracht? Nein! Ah, scheiße, Mann, Broti! Hast du einen Braut? Broti, kommst du mal wieder her, Feigling. Ich schlag grad nach. Mh, 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 mh! Komm, du hast Bohnenschutz, ja. Nee, Broti. Ich hab's gemacht. In der nächsten Periode werde ich dich ein bisschen mehr unterstützen. Ach, scheiße. Du bist doof, ey. Broti, du hast die zweite drin, ne? Nein. Ich dachte so, äh... Echt nicht? In der Ehe soll man immer... Nein, die erste. Ah, ey. Broti, die? Wir unterhalten uns morgen mal in Ruhe, ne? Ich hab dich nicht einmal getroffen, Marcel. Dieses Snipp ist echt hacke. Sag ich doch. Ich komm so langsam drauf klar. Ah, das Problem ist, äh, bei dir muss ich immer gleich wieder verschwinden in der Deckung. Mach ich ja auch die ganze Zeit. Au, hast mich doch. Ich hab hier keine Muni mehr. Ich treff nix, ja. Wenn mein Bruder, mein Zwillingsbruder das wieder sieht, ey. Dann krieg ich wieder tausend Antworten darauf, was ich falsch gemacht hab, weil er der King ist. Weil er am liebsten snipet und deswegen ein Dingsfernseher bei sich zuhause, also bei sich unten im Keller hat. Wer steht denn da oben, verdammte Scheiße? Rikki, ich hab ihn jedes Mal auf, wenn ich abdrücke, vor dem Visier. Du musst nur bedenken, ich... Du musst nur bedenken, ich spiel grad am PC, ne? Wesentlich schnellere Reaktionszeiten. Da haut derjenige ab und haut... Alter, Broti. Ja. Egal wo ich mich hinstelle, ich bin instant kalt. Ja, Rikki hat sowieso jetzt den übelsten Vorteil. Broti, weil er snipen kann. Rikki, weil er halt voll mit MP unterwegs war und so. Zack, ich bin wieder, Jeff. Ey, Leute, also... Snipen ist echt nix für mich. Ich könnte vielleicht mit dem Maschinengewerb, mit dem Scope hingehen und auch euch feuern. Das wär weniger, das Ding. Aber mit der Snipe, ich komm nicht klar. Ah, gib mir kurz genauso. Zwei Kills gemacht und das nicht mal durch Dings. Die Snipes selbst, sondern durch... Miep, miep. Miep, 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 miep. Wer ist denn da? Wusel. Wusel. Hallo. Immer wenn du irgendwie... Also irgendwann... Scheiße, nochmal. Wann immer du auch irgendeine dumme... So... Begrüßung hörst. Dass die mich nicht nach Hallo anhört, ja? Ja? Oder guten Tag alle zusammen. Oder guten Moin oder guten Abend. Bin das ich. Ah, okay. Da muss ich mir merken. Oh, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich nicht, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Lass mich auf die Eier, Rikki. Ah, jetzt noch Ghost in the Shell, alles klar. Ihr könnt mir auch sagen, dass ihr mich nicht mit. Ähm, also, find ich... Ich liebe dich doch, Hase. Ja, genau. Oh! Ich bin bei mir drüben, äh, ich guppst mich einfach an. Oh, die hasse mich. Oh. User left your channel. Bäm, Hatschie, jetzt hab ich's raus. Ist ja gay. LOL. Der war nice. Ihr Wixter, ihr habt mir Zeit gelassen zu lernen und jetzt habt ihr einen Dämon erschaffen. Ach ja, warte mal. Oh, Rikki. Ach, das war wuckig, ich dachte, das war Ruhepauser. Ja. Ach, das ist hier ein Ding, Game. Edge, Batch. Herr Rotzi, das ist aber keine Sniper. Du, was weiß ich, was ich mit Sniper... Hau ab, Bruti. Bruti, hau ab, ich hab keine Munition. Verpiesel dich. Ich weiß doch, nein. Kopfschuss, leck mich am Arsch. Das weißt du. LOL. Ich hab dreimal mindestens voll in den Schopf Kopf geschossen. Tja, nicht bei mir. Ja, Rikki, das Ding hat Flugzeug. Doch, definitiv. Er ist ja nicht mehr in Deckung gegangen. Er ist so stehen geblieben. Doch, ich bin in Deckung gegangen. Jetzt hocken sie beide da oben auf. F***t euch doch. Mann. Kannst du dir später auf YouTube angucken? Lässt du das hoch, den Scheißen wir hier machen? Ja, hab ich doch extra gefragt. Hat Wookie als erstes gesagt, das ist mir ein Scheißy-Guy? Ähm, Wookie hat auch gesagt, das ist mir relativ. Und Bruti hat erst gar kein Kommentar dazu abgegeben. Mann, wer steht denn da neben mir? Supra da. Ja, genau, Bruti. Ich treff dich vor der Kanne und du schnupfst einfach nicht. Du bist Sack. Nee, du hast vorbei mit der Kanne. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du nachlädst, geh mal in Deckung. Ja, ich wollte es, aber meine Tastel wollte nicht so, wie ich das will. So, Doppelbill. Erlebt Umarmung. Wir sind eindeutig besser im Team Snipen. Hallo. Aber während des Spiels kann ich nicht ummodeln, ne? Doch, wenn du tot mich kannst, äh, 1, 2, 11, 3, 1, 2, 11, 3 drücken. Du hattest doch vorhin eine ausgerüstet, oder nicht? Ja, wenn ich jetzt 1, 3 drücke, dann macht er aber nichts. Habt ihr gesehen? Doch, du musst nicht sparen. Achso! Das war nice. Ja, ins Star-Range. Du mich und rute dich. Lol, da schieße ich genau in den Fetzerraum, oder was? So, jetzt aber. Ich glaub mal nach. Ich halte mich extra schon zurück beim Snipen. Oh, hau... Brutti, hau ab! Äh, das ist aber keine Sniper. Ja, was denn nun? Ja, oder F2. Du hast doch vorhin irgendwo eine eingebaut gehabt. Ich hab hier eine SA50, eine SCAR45 und... Ja, die SA50 ist eine Snip. Achso! Hab ich die jetzt genommen? Danke, Brutti. Dann muss mich jetzt... War du zu wenig Dattles, Digga. Noch? Ey, Ricky. Boah, hab ich dich nicht gekillt, Alter. Ich hab dich zweimal getroffen. Ich war kurz vorm Tod. Skyper-Duell. Ja. Yeah! Oh man, 1.000 ist my skill. Oster! Oh! Komm, Hannes. Mach die Mama stolz. Oh, ich steckte die Thronen in den Arsch. Ja, los. Baby, 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 baby. Roti, kommst du alleine klar beim Sniper? Dann kummel ich mich um Rozi. Warum? Das ist nicht der Trickey. Ehrlich nicht. Gönn mir das doch mal. Ich krieg jetzt Angst. Durch das Rohr durch, oder was? Hä? Durch das Rohr durch, oder was? Eiges Rohr. War ein Kabel. Boah, das Kabel, was da hängt. Ach. Ach, endlich wieder eine Positiv-KD. Hose abstauben. Ja klar, Alter. Positiv-KD holen, Mann. Oh, Trickey. Hat ein Foto von mir gemacht, jetzt. Ja. Sei froh, dass ich nicht die andere Knarre hab. Also, Ding. Boah, Alter. Ich muss die Empfindigkeit in der Maus mal runterschrauben zum Sniper. Lass mir doch mal Zeit zum Zielen. Boah, da snipet irgendwas an mir vorbei. Aber ganz haarscharf. Ach, von da. Der war geil. Alter, ich belebe sie mit 1 HP, die Sau. Ja, das war schon geiler, weil... Ich hab mal meine Maus runtergeschraubt, ein bisschen zum Sniper. Oh, geil. Was hat mich jetzt schon wieder getötet? Hm, Brody. Sag mal, H5. Ich hab nur noch 1 HP, das ist fies. Nee, 2 HP. Ah, du sollst nicht die andere Knarre hat. Oh, Brody, hast du jetzt die Snips? Und jetzt hab ich diese Scheiße... Oh, Mann, der hat sein Scheißmesser beim Snippen. Ja, das scheiß lange Ding ist die Sniper. Ja, jetzt hab ich das Ding. Und damit komm ich nicht klar, das ist fies. Nee, natürlich nicht. Das ist gemein. Boah, 3 von 2 Leuten. Angehittet. Angehittet. Und... Brody, holt mich. EIN, CARAMBA! Könnt' mir schon ahnen, dass du da schon wieder stehst. Dann hast du noch zu mir gesagt. Noll. Weißt du, wo sind die Rotze? Die muss doch da gleich wieder auftauchen. Dreh mich rum und seh dich da schon vorstehen. Scheiße. Oh. Na, na gut. Dann komm ich nochmal von da. Ach, Sack. Oh, beim letzten Schuss hab ich mal angescoopt. Ich mag diese Waffe nicht. Darf ich mich die andere wieder nehmen? Na, Alter, ist das nicht fair. Das ist immer fair. Ihr seid eh alle besser als ich. Also von daher... Warum, bei dir ist das eigentlich immer fair? Siehst du, ich seh nämlich gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach so, da. Ich versuche, jemanden in die Schlinte zu kriegen. Quickscope. Ich schreibe mich, von wo aus du mich schon beobachtest. Das stimmt schon mal, der Tag. Moment, ich muss mein Headset an. Dann Rekki, was darf? Darf ich das schon zweimal? Was sagst du noch? Ein HP? Jo. Oh, nur zwei. Ich bin nicht so grotig. Wo standst du? Lass doch mal an, ich bin ein Sniper, der nur am Campen ist, ne? Ich hab gesehen, dass du irgendwo bei den Kisten warst. Aber nicht wo genau. So Leute, 26 Sekunden. Geht rum, hier hat mir mal einer vorgeworfen, man schreibt mich wie ein Hacker. Äh, nicht ein Hacker und ein Camper. Wo ich denke, Alter, ich snipe so kacke in dem Game hier. Fuck, fuck, fuck. Gegen wen schieß ich denn da? Das war mal ganz witzig, aber ich komm auf das Ding echt nicht klar. Ich brauch ne größere Map. So Leute, ich bin raus. Eineinhalb Stunden mehr jetzt. Oh. Echt? Wie lange macht ihr noch? Ja, ich soll eigentlich auch mal Busel nicht länger warten lassen, ne? Ja, ich soll. Vielen Dank.